Der ist auch nicht so wahnsinnig laut, ne? Ja, krass. Der geht. Der hat ja eine höhere Drehzahl als du, aber der geht auch. Aber deiner ist noch extrem leise. Ja, der hat ja eine Beratungsstatt auch noch. Ja, auch die Blätter. Wehmst du noch die Blätter lauter. Ja, der geht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zeitlich, ne?